Hallo und willkommen zurück nach einer langen, langen Pause. Let's code Octo Awesome. Ich möchte an der Stelle gleich mal sagen, ich habe ein paar Folgen gemacht. Ich weiß nicht, ob ich es weiterhin regelmäßig schaffe, deshalb hier ein kleiner Disclaimer vorweg. Wir haben am vergangenen Donnerstag einen kleinen Livestream gemacht, der ja entsprechend der großen Pause sehr, sehr viel Gequatsche war. Das heißt, unser Fokus war jetzt nicht primär auf der Weiterentwicklung von Octo Awesome auch, also keine Sorge, es geht schon vorwärts. Allerdings haben wir sehr, sehr viel gequatscht mit dem Chat, ohne den Chat. Also ich bin mir nicht ganz sicher, ob das mit YouTube funktioniert. Mit dem Livestream war es ein großartiges Ding, weil wir sehr, sehr viel, wie gesagt, gequatscht haben. Lasst mich also gerne wissen, was ihr davon haltet, ob das auch unterhaltsam ist auf YouTube oder eben nicht, weil ich einfach wissen muss, ob ich euch damit nerve oder ob ich da straffer unterwegs sein muss. Also bitte, bitte Feedback. Genießt die nächsten, ich glaube, sechs Folgen werden es. Das heißt diese Woche und lasst mir gerne einen Kommentar oder eine E-Mail oder irgendwas da, um mir zu sagen, ob ich gerade voll daneben liege mit dem Format oder ob das an sich sogar vielleicht auch für YouTube unterhaltsam ist. Wer weiß das schon. Also dann, viel Spaß mit Let's Code Octo Awesome und ja, vielen Dank fürs Einschalten. Naja, gut. Also wenn. So, jetzt aber hier mal. Ich mache mal im Hintergrund kurz Octo Awesome auf, um sicher zu sein, dass ja auch alles noch auf dem aktuellen Stand ist. Oh, das ist eine gute Idee, was Rave da gerade versucht. Einfach mal Accounts ausprobieren. Vielleicht sind das Hidden Features, von denen man... Von denen es so stinkt. Schön. Schön, schön, schön. Probiert ihr jetzt alle durch. Also für alle, die das jetzt gerade auf... Ich bin mir nicht sicher, ob ich es auf YouTube hochladen soll. Für alle, die das auf YouTube hochgeladen sehen. Der Chat versucht gerade alle Icons mit den Tags, die normalerweise zum Icon führen, aus. In der Hoffnung, dass irgendeins ersetzt wird. Aber leider, leider, leider bisher ohne Treffer. Ah, okay, also Octo Awesome. Oh, es ist schon gar nicht mehr in meiner Recent Liste. Das ist natürlich bitter. Ich schalte hier mal um, damit ihr seht, was ich hier tue. So. Ich bin mir nicht sicher, ob in der Zwischenzeit nicht ein bisschen was passiert ist, weil ich habe ja inzwischen Leuten den direkten... Lassi hat Bob Striker gefunden. Ich habe ja Leuten den direkten Zugriff erlaubt. Also Leute wie der Rave und so, die dürfen ja, glaube ich... Ich glaube, Rave ist dabei. Dürfen ja direkt Sachen reinpushen. Deshalb versuche ich hier mal kurz einen Sync. Da sind tatsächlich Dinge passiert. Ich receive Dinge. Wobei wir hier noch im NPC-Branch sind. Genau, der Manuel... Ah, Manuel hat einiges am UI gemacht. Du meinst die Monogame-UI-Library? Da habe ich in den letzten Tagen übrigens auch noch ein paar Kleinigkeiten gemacht. Oder meintest du... Juhu! Ein neuer Abonnent. Zwei. Einmal. Er hat es wieder weggedrückt und dann wieder hin. Vielen Dank, Abi. Ich habe die Notifications noch hier drinnen. Cool. Ich habe vor 100 Jahren mal diese Notification-Sache da mit reingefummelt. Und die hat dann auch relativ gut funktioniert. Aber da das so wenig passiert ist, ist mir gar nicht mehr aufgefallen, dass ich die noch drin habe. Geil. Aber die ist noch da und sie funktioniert. Ha! So, sehr schön. Lassi hat jetzt sein Bier in den Kühlschrank gelegt. Jetzt erst reingelegt. Dann ist es ja in 100 Jahren erst fertig. Nicht Monogame-UI. Sehr gut, Manuel. Dann gucken wir das nämlich gleich mal an. Dann kriegen wir doch mal direkt ein gutes Gefühl, wie es läuft. Ah, wir haben ja gar keinen Developer-Branch. Wir müssen unbedingt mal auf GitFlow umstellen, damit wir hier halbwegs vernünftig entwickeln können. Also, gucken wir mal den Master an. Wir hatten doch einen Developer, oder? Hatten wir nicht einen Developer? Wir haben ein Development. Wir haben das doch alles. So, dann gucken wir den mal kurz an. Und gucken, was der so hat. Ist der aktuell? Ist er? So, dann gucken wir einfach mal gemeinsam nach vielen, vielen, vielen Jahren. Ähm, den aktuellen Stand an. Continuous Integration. Naja, das ist so ein fieses Thema. Ähm, da wir ja auch kein permanentes Release haben, ist das ein bisschen... Das ist das alte Netzwerk. Oh. Fuck. Okay, also doch der andere Branch. Ein bisschen Ordnung reinzukriegen, das wäre schon mal ziemlich cool. Bei Octo Continuous Integration. Ne, finde ich eigentlich gar nicht. Also, der Ansatz ist schon vernünftig. Das haben wir jetzt, ähm, der, der Paul hat das, ähm, bei unserem Antmi-Projekt eingeführt. Ähm, vielleicht kriege ich ihn überredet, dass er mir den ganzen, äh, automatisierten Testprozess und alles auch bei Octo Awesome einrichtet. Er hat, er hat sich da irgendwann mal committed, aber er hat dann festgestellt, dass es doch komplizierter ist, als man glaubt. Glaubt deshalb, hm. Ähm, okay, also, wir müssen in den anderen Branch. Wir müssen, wir müssen in den anderen Branch. Das ist hier unten. Wir holen mal den Master Branch. Und der ist wahrscheinlich nicht auf dem aktuellen Stand. Oh, da gibt es viel zu tun. Ah, der Manuel hat eine irrsinnige Menge an... Haha! Wie ist Octo Awesome? Fan sollte doch da jetzt... Ist Octo Awesome? Ah, ich hab ein Wortspiel eingebaut. Die Notifications. Man kann eigene Notification, äh, Nachrichten einbauen. Cool. Du bist jetzt Octo Awesome. Vielen Dank für das Abo. Aber du warst doch schon, oder? Weil ich sehe die Follower-Zeit... Ihr wollt mich doch nur ärgern, oder? Ihr wart doch alle schon. Hm. Okay, äh, der ist cool. Development, äh, also, der Develop-Branch, der ist Discontinued Development. Finde ich großartig. Das müssen wir uns merken. Aber, wie gesagt, irgendwann... Continuous Integration ist ein bisschen was, was man anstreben sollte. Ähm, also, ja. Ja, ja, machen wir irgendwann mal. So, also, wir sind jetzt im Development-Bran... Nee, gar nicht wahr? Im Master, dem natürlich aktuell die Feature-Branches fehlen. Da ist, ähm... Was haben wir denn gerade im Development-Engineers-Wechsel? Der ist immer noch als Feature hier drin. Ich dachte, den hätten wir reingemergt schon. Und NPCs, das war also quasi die Erweiterung um autonome Objekte. Ähm, ja. Ja, ja, ähm... Gucken wir uns später vielleicht nochmal an. Erstmal den hier und gucken, ob der überhaupt noch... Ob der überhaupt noch läuft. So, ähm... Ob ich... Ob Tom noch weitermacht? Gummifacht gerade, ob ich noch weitermache. Ähm, weil bei dir kein Stream ist. Der ist kein Stream. Stream läuft, aber der ist online. Stream ist da und ich mache weiter. Ich habe in der Tat vor, ähm... So ein paar Kleinigkeiten im... In Octo Awesome zu verändern. Immerhin haben wir ja hier jetzt gerade den Stream. Ich meine, wir können auch einen total relaxen Stream heute machen und einfach sagen, ach, wir kommentieren heute nur oder so. Keine Ahnung. Um uns einfach die Sache nochmal wieder ins Gedächtnis zu rufen. Ähm... Ich habe keinen Plan, wie immer. Von dem her gucken wir mal, wie es auf uns zukommt. Ich drücke mal auf 5 und, äh, hoffe das Beste. So, aktueller Stand sollte Master sein. Ich habe auch von Manuel ein paar, ähm, Comments gesehen. Das heißt, der ganze UI-Kram, der inzwischen tatsächlich richtig gut ausschaut, ähm, der ist hier drinnen. Die Option... Wow, okay. Oh, yes. Der Key-Mapper. Sehr cool. Also inzwischen auch, ähm... Auch, äh, vollständig mappbar. Ich gehe mal davon aus, dass es sogar funktional ist. Das werden wir gleich mal ausprobieren. Aber ich muss erst mal auf Sushs Bemerkung eingehen, dass wir das auf gutem Englisch machen müssen. Hey, Freunde. Jetzt mach mal... Also, nicht die Fresse aufreißen, sondern selber machen. Selber machen. Ich bin ja eigentlich ziemlich stolz auf mich, dass ich jetzt angefangen habe, den Kram wirklich auf Englisch zu lokalisieren. Ja, aber meine Englisch-Skills sind ja so mittelcool. Ähm, erstaunlich, dass ich in einem, äh, einem mittelständischen amerikanischen Unternehmen ganz gut klargekommen bin. Sprechen ist so mittel. Also, ich kann mich verständigen, aber es ist halt dann auch wenig unterhaltsam. Das ist ja der Grund, warum ich jetzt hier auf Deutsch streame. Ähm, aber man macht sich hier gerade lustig, äh, über meine... Habe ich irgendwann mal Schwul tatsächlich geschrieben mit H? Ja, ich weiß ja, dass man es anders schreibt. Ich weiß das ja eigentlich. Aber ich habe mich dazu durchgerungen. Also, ehrt es bitte, dass ich mich dazu durchgerungen habe, Projekte wie Octo Awesome... Nee, gar nicht wahr. Endme ist jetzt viel wichtiger für mich. Ähm, das Endme-Projekt mit auf GitHub zu nehmen. Und das war ja bisher alles Englisch dokumentiert. Die englischen Begriffe für die Methoden und so, das ist ja alles geschenkt. Aber, ähm, das war ja alles bisher, äh, auf Deutsch kommentiert. Und ich habe mich getraut, es auf Englisch zu übersetzen. Ähm, also, bitte, habt ein bisschen Mitleid. Ich muss die Kamera mal ein bisschen korrigieren. Habt etwas Mitleid mit meinem Englisch. Nicht lachen, sondern entweder, äh, wenigstens ein Issue eintragen oder es einfach selber machen und ein Pull-Request schicken. Ich wäre sehr verbunden, sehr, sehr verbunden. Ähm, und ich nehme es mit Humor, dass ich mein Englisch nicht wirklich, ähm, das ist nicht gut, aber man weiß, was man, was ich damit ausdrücken will. Und, äh, darauf kommt es ja an. Und das war so ein bisschen die Botschaft der Leute, gell, so, ist doch egal, ob das schlechtes Englisch ist. Ist doch wurscht. Hauptsache, wir wissen ungefähr, was es geht. Und ja, da sehe ich das jetzt auch. Ich sehe das mit Humor. Ich, ich lache drüber. Auch wenn ich den Witz nicht verstanden habe, weil ich ja nicht weiß, wie man es richtig schreibt. Aber, ich lache drüber. So, okay, also, Keybindings, geil. Geil, das ist richtig cool. Wow. Wow, es wird noch besser. Press a key. Äh, jetzt muss ich gucken, dass, was passiert dann, wenn die doppelt belegt sind? Wow, das ist richtig geil. Wow, Octo Awesome hat große Schritte gemacht, ohne dass ich irgendwas getan habe. Ähm, Manuel, du solltest irgendwann mal anfangen zu streamen. Weil die Änderungen, die du bisher dort reingemacht hast, die sind schon richtig massiv. Also, überhaupt auch Rave hat sehr, sehr viel gemacht mit dem Monogame UI. Ähm, deshalb, ähm, wenn ihr Bock habt, macht doch mal Videos darüber. Dann würden wir die einfach mit verlinken und dann, ähm, hätten wir noch ein paar Streamer mehr, die ein bisschen was mit Octo machen. So, der Eden ist da. Servus. Äh, okay, Rave macht das selber, also darf er meckern, jagen natürlich. Also, ich nehme euch das nicht übel. Keine Sorge, ich weiß ja, dass das nicht gut ist, deshalb. Ähm, aber natürlich, wer lacht, ähm, darf gerne lachen, aber dann einen Pull Request stellen. Das wäre cool, weil das macht die Sache natürlich besser. Oder wenigstens auf Facebook verlinken, damit andere auch lachen können. So, äh, was ist mit dem grünen Chatfenster passiert? Äh, das habe ich rausgenommen, weil, ähm, ähm, also bei den Talkrunden macht das natürlich Sinn, aber beim Coden, ähm, haben mich die Leute von YouTube, das haben mich viele angeschaut, also ich frage ja immer wieder so, Freunde, was haltet ihr davon mit Chatfenster, ohne Chatfenster? Und das allgemeine Feedback war, äh, das ist schon ein bisschen nervig da drüben. Vor allem, wenn es halt effektiv gar nicht darum geht, was, äh, gemacht wird. In der Talkrunde macht das Sinn, da gebe ich euch recht. Im Prinzip kann ich es ja auch mal hier reinholen. Halt in, äh, kleiner Form. Ich, ich habe es, glaube ich, sogar gar nicht mehr mit, mit Chatfenster. Ich habe, ich habe den Screen ja nicht mehr eingerichtet. Weil irgendwie haben wir es ja dann doch, ähm, rausgenommen. Moment. Ach so, ah, okay. Hm. Ich dachte, ich hätte noch ein Screen vorbereitet. Also ich benutze ja OBS und in OBS kann man diese Screen-Settings benutzen. Also das, was dafür sorgt, dass das mal mit Bild, ohne Bild, lalala ist. Ich dachte, ich hätte ein Setting, das, äh, mit dem Chat noch drin ist. Aber offensichtlich habe ich es komplett schon. Das machen wir schon eine ganze Weile nicht mehr. Äh, weil die, die Leute bei YouTube jammern. Kann ich auch verstehen. Weil normalerweise, wenn ich so vor mich hin code, dann ist im Chat selten irgendwas, was relevant ist. Und wenn im Chat irgendwas ist, dann lese ich es meistens vor, weil es halt, ähm, dann irgendwie nur eine kurze Bemerkung ist, dass ich irgendwas falsch geschrieben habe oder so. Deshalb ist das Fenster nicht da. Aber ihr habt schon recht, solange wir quatschen, können wir natürlich, ähm, das so machen. Ja, der Eden hat auch gerade mein Icon festgestellt, äh, fest, fest, rausgefunden. Voll süß eigentlich. Wir sind immer produktiv und relevant. Das halte ich für eine massive Fehlaussage. Das ist, äh, ganz im Gegenteil. Ganz im Gegenteil. Ihr lenkt mich nur ab von der Arbeit und, äh, bringt nur blöde Diskussionsthemen auf. Äh, drehen auf der Taste. Nochmal. Also, äh, drehen und gehen auf einer Taste. Dass man immer im Kreis läuft, wenn man vorwärts möchte. Äh, klingt nach einer weiteren, obwohl man kann ja mit der, ähm, hier mit der Maus gegensteuern. Also man könnte dann so eine Kombi aus, äh, nach rechts steuern mit der Maus, ab und nach links steuern mit dem vorwärts. Aber es müsste gehen. Das können wir mal ausprobieren. Äh, wir gehen vorwärts und nach links gleichzeitig. Und, ähm, die Credits. Okay. Sehr cool. Und verändert. Wir müssen die mal aktualisieren, weil ich glaube, da ist so viel passiert. Da sind noch so viele Leute dazu gekommen. Dass wir hier unbedingt nochmal, glaube ich, äh, einen kleinen, äh, Zusatz noch irgendwie machen müssen. Was? Ciao, ciao. Wer geht? At all? Äh. Wat, wat, wat? Ihr werdet nicht gebraucht. Hä? Was ist los? Was? Ah, ah. Hm. Ich will euch nicht. Ich will euch nicht lesen, während ich arbeite. Aber natürlich möchte ich euch hier haben. Es ist ja ein, äh, ein Fest mit euch, äh, äh, Unterhaltung zu machen. So, wir starten mal einen, äh, eine, besser mal eine neue, weil die Wauzis sind ja die mit den Hunden drin. Was ist mal ein neun? Name, Name. Name, Name. Merken, da ist noch irgendwas faul. Name, Name. Name, 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 Name. Äh, okay. Okto. Stream. Mir fällt nichts ein. Äh, funktionieren die Tabs inzwischen wahrscheinlich nicht, ne? Hm, leider nicht. Also die Tab-Reihenfolge, da ist immer noch irgendwas nicht okay. Da muss ich noch, ähm, also es sind ein paar Kleinigkeiten noch, die nicht funktionieren. Ansonsten ist es ja, das Produkt ist ja eigentlich fertig. Es sind nur noch ein paar Kleinigkeiten, die wir dringend, dringend, dringend nachziehen sollten. Ähm. Ich kriege jetzt übrigens auch jede Menge Notifications auf mein Handy, weil ihr ständig de-abonniert und abonniert, um die Notification zu sehen. Ich nehme mal diesen Seed, der gefällt mir ganz gut. Erzeuge mal einen neuen Peng. Okay. Was haben wir denn hier für ein Problem? Unable to load. Geh weg. Ich will den... Okay. Get Types wirft eine Exception. Das ist eine interessante Exception. Wir können keine neue Welt erzeugen. UI-Plugin. Ah, ich sehe schon. Ich sehe schon. Mein Fehler. Ich muss ein Rebuild für alles machen. Ich glaube, da sind noch die alten Daten aus irgendeinem... ...alten Stand. Ja, das ist natürlich das Problem. Jetzt sehe ich das Chatfenster nicht mehr. Das ist ja eigentlich auch nicht Sinn der Sache. Ich mache mal wieder darüber. Oder ich mache... ...mach das so. So können wir das machen. So wie es die Mac-Leute machen. Die maximieren ja keine Fenster. Das hat mich wahnsinnig gemacht. Beim Zuschauen. Schaffen wir die 20.000 Views? Kriegen wir das hin? Das wäre natürlich cool. So. Also, ich habe einen Clean gemacht. Ich mache einen Rebuild. Ich werde auch nochmal vielleicht das Verzeichnis händisch löschen. in der Hoffnung, dass wir irgendwo eine Assembly gebaut haben, die jetzt beim Cleanup nicht mehr wirklich berücksichtigt wird. Bin Debug. Okay, die skippen wir und machen ein Rebuild. Gucken wir mal, ob wir da irgendwie was verbockt haben. Also, es klang so ein bisschen, als ob wir eine Assembly laden, die nicht für diese Version gedacht war. So, neuer Versuch. Das funktioniert alles noch. Ah, die Settings-Octo-Stream ist auch noch da. Das heißt, mein Output-Verzeichnis ist AD-Octo. Alles klar. Voll cool, dass wir hier den Standard-Dialog von Windows haben. Müssen wir ausprobieren, was auf dem Mac passiert. Ja, doch, auf dem Mac oder auf dem Linux passiert. Das hat sich natürlich wieder zurückgestellt, weil das ja in den Dingen-Settings gespeichert wird, vermute ich. Das ist ja nach wie vor Teil der Config, gehe ich mal davon aus. Das hatten wir ja damals so gemacht. In dem Fall auch. Ah, okay, du speicherst dann nur die vom Standard abweichenden. Okay. Auch nicht schlecht. Auch nicht schlecht. So, und jetzt kommt wieder der magische Moment. Play. Aha. Okay, alles klar. Dann war das Restposten. Okay, das funktioniert in der Tat. Man kann jetzt vorwärts und links gleichzeitig mit einer Taste. Also alles easy. Toll. Man kann jetzt also so seitwärts gehen. Das ist ein bisschen unpraktisch, muss man zugeben. Aber Octor Awesome läuft noch. Ich bin ein bisschen erleichtert, muss ich sagen. So, kann ich die set? Ah ja. Okay, das ist auch noch was, was wir vielleicht ändern sollten. Ich muss mir das alles mal merken, was ich da jetzt alles gefunden habe. Wir haben ja keinen richtigen Pause-Screen. Wir haben ja leider nur den Wir wechseln ja rüber zum Start-Screen. Da sollten wir vielleicht noch einen Pause-Screen einfügen. Das wäre noch was, was unbedingt Sinn machen würde. Wenn ich jetzt Start drücke, dann muss ich leider wieder neu. Aber eigentlich wollte ich erst die Optionen ändern. Das ist so cool mit den Bindings jetzt. Left ist A wieder. Der Fly-Mode. Gut, dass ich jetzt hier, kann man dann auch direkt mal wieder spicken, was das alles ist. Scroll war der Fly-Mode. Okay. So cool. So cool. D steht für Digital wahrscheinlich. Also das hier, nur mal ein Pad. Kabel Deutschland ist online. Haben wir Kabel Deutschland ist online mit im Chat? Hallo, Kabel Deutschland ist online. Schön, dich hier zu haben. Hä? The Bloop hat das gesagt. Hm. Okay. Cannab muss in einer Stunde die Wäsche aufhängen, deshalb müssen wir uns jetzt beeilen. Große, spannende Themen finden sich im Chat. Wir brauchen unbedingt Tannen im Schneebium. Ja, auch das kriegen wir hin. Wir haben ja die ganzen Tannengeneratoren. Auch das ist natürlich so ein bisschen der versteckte Aufruf. Macht's doch. Macht's doch Tannen. Das müsste jetzt alles gehen. Ach, Kabel Deutschland war offline. Das ist ja lustig. Hättet ihr auch mal, ne, Kabel Deutschland, ich verwechsel also immer mit Kabel BW. Ich hab ja mal in Karlsruhe gewohnt. Da war Kabel BW der Provider meiner Wahl. Kabel Deutschland hatte ich aber in der Tat auch in, oh, übrigens, auch das geht. Kabel Deutschland hatte ich. Oh, das ist aber alles ein bisschen verzerrt. Also der Rescale funktioniert nach wie vor nicht. Peng. Und wir haben hier irgendwo Nile References. Puh, es gibt viel zu tun. So wirklich stabil ist unser Octo Awesome irgendwie nicht. Ein bisschen schade. Hat mir das nicht als Master rausgehauen mit der Bemerkung easy. Das ist das Stabilste, was wir jemals gebaut haben. Das ist alles easy. Ich müsste mal ein paar To-Dos hier aufschreiben. Das mach ich doch gleich mal. To-Dos für heute. So, also, was hab ich rausgefunden? Name, Name im Create Screen. Wir machen einfach ein bisschen Bugfixing, oder? würde ich sagen. Dann machen wir uns doch jetzt einen faulen Lenz. Was war noch? Den Type, den wir nicht auflesen konnten. Aber ich glaube, das war jetzt wirklich so ein Versionsproblem. Oh, Markus ist da. Beziehungsweise Maximilian. Ich hab ja jetzt gelernt. Maximilian ist der Name, den du zum Rufnamen hier jetzt gemacht hast. Cannab hat keine Socken mehr. Okay. Ach so, und jetzt ist die Waschmaschine an und die braucht eine Stunde. Deshalb musst du, also könnt ihr mal alle kollektiv den Cannab in einer Stunde daran erinnern, dass die Waschmaschine fertig ist. Oh, Trello. Ja, natürlich. Guter Hinweis, Treff. Gut, also Trello. Stream ich heute nur über Livecoding TV? Ja. Der Grund? Es ist einfach stabil. Es funktioniert ganz gut. Hab vorhin schon mal ganz kurz drauf hingewiesen. Restream war ja auch so immer ein bisschen das Problem, dass ich nachher nicht wusste, wo denn das Problem lag. Jetzt stream ich direkt zu Livecoding TV. Livecoding TV hat ja mit dem letzten Newsletter versprochen. Wir kommen jetzt auch mit einer Bandbreite von 2,5 Mbit klar. Ich stream jetzt trotzdem nur mit 1,5 Mbit, aber das hat mir eigentlich ein bisschen mutig gestimmt, Livecoding TV heute einfach mal zu benutzen. Und ich habe keine Dropped Frames bisher. Wir streamen seit über einer Stunde und ich habe keinen einzigen Frame verloren. Ist cool. So, Trello mache ich gleich auf. Ich komme ja nicht mehr mit dem Lesen nach. Wahnsinn. Ob ich nochmal eine Folge machen kann, wo ich das mit den Extensions zusammenfassen kann. Das könnte ich in der Tat machen, wenn ich selber wieder rausgefunden habe, wie das funktioniert. Das ist ja auch so ein bisschen in Vergessenheit geraten, nach zwei Monaten nicht mehr den Code anschauen. Ray vermute, dass das Problem in der Map-File war möglich, aber ich habe ja eine neue Map angelegt. Von dem her war das ja eigentlich nicht das Problem. der Intro-String wie in Ant-Me. Was, 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 was? Ach so, dass wir in die Map-File eine Version mit reinschreiben. Ja, das macht schon Sinn. Klar. Das macht absolut Sinn. Eines Tages. Ich kann es ja mal einschreiben. Map-Streams mit Version. Da kann ich im Prinzip ja auch mal das nachbauen, was ich bei Ant-Me gemacht habe, um die Versionierung beim Encodieren richtig zu machen. Das nehme ich mal mit. Ich übertrage das gleich nach Trello. Ich wollte nur schnell dokumentieren, was wir eigentlich brauchen. Ich hatte den Resize immer noch. Der Resize macht noch Probleme und ich glaube, dass das nicht daran liegt, dass Monogame das nicht macht, sondern dass wir innerhalb unserer Kamera das Ganze nur beim Initialisieren irgendwann aufnehmen und dann nicht wieder aktualisieren. Ich glaube, da können wir einiges machen. Ach ja, der Pause-Screen. Pause-Screen. Damit wir nicht jedes Mal die Simulation beenden, wenn wir irgendwie rausgehen. So. Keiner fragt, ob man 2,5 Mbit machen kann. Das weiß ich nicht. Ich habe nur im Newsletter kurz gelesen, dass sie eine neue Infrastruktur haben oder zumindest bald haben werden. Und da war die Rede von unsere Streamer, die haben eine ganz absurde Anforderung, aber der gehen wir jetzt einfach mal nach. Die Bandbreite, die haben wir erhöht. Das wollten die Leute so. Keine Ahnung warum, aber die Leute wollten das so. Also haben wir es gemacht. So ungefähr war der Text im Newsletter. Fand ich sehr cool. Ja. Der Option-Screen. Der Option-Screen. Sollen wir den wirklich anpassen? Der ist doch bisher wir sollen überlegen, ob wir noch mehr Options brauchen. Die Credits könnten wir mal angehen. Aber dann müssen wir irgendwie mal anfangen zu sammeln, wer denn da jetzt noch mit drauf sollte. Der Manuel hat noch einen Pull-Request mit Blöcke in sich selbst aufsetzbar machen. Hast du einen Pull-Request oder nur ein Issue? Ich habe ein Issue gesehen bisher nur. Sehr gut. Kannab sagt, es bringt es, wenn man mit 20 Frames pro Sekunde streamt. Ich mache aktuell habe ich 30 und ich finde das auch so ein bisschen die krampfhafte Untergrenze. Wesentlich weniger will ich nicht. Das ist zwar fürs Coding kein Problem, aber das lustige Animiert-Bild hier rechts unten von mir ist dann so ein bisschen ruckelig. Das mag ich nicht. Das mag ich nicht.